Hallo, ich bin Amy von Ayroschlieb. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie mit den Produkten von Ayroschlieb ein Bett einrichten. Die dazu verwendeten Produkten sind eine Matratze, ein Matratzenschoner und ein perforiertes Spannlaken. Ganz unten liegt natürlich die Matratze. Haben Sie noch keine Matratze, dann entscheiden Sie sich für eine Matratze mit einer hohen Dichte für ausreichende Unterstützung. Auf die Matratze kommt der Ayroschlieb Matratzenschoner mit der luftdurchlässigen 3D-Wabenstruktur nach oben. Der Matratzenschoner wird dafür sorgen, dass Ihr kleiner Liebling immer sicher atmen kann. Ziehen Sie das perforierte Ayroschlieb Spannlaken nach über. Es garantiert die Funktion des Ayroschlieb Matratzenschones. So, jetzt ist das Bettchen gemacht. Auch die Bettumrandung und die Kissen von Ayroschlieb verfügen über die gleiche Technologie wie der Matratzenschoner. Erfahren Sie mehr darüber auf ayroschlieb.com.